In meinem letzten Video habe ich mich noch beschwert und war sehr stark enttäuscht über den Gameplay-Trailer, den DICE uns gezeigt hatte. Nun gibt es neues Gameplay zu Battlefield 2042 Season 5 Karte, sowie zu den neuen Waffen und Gadgets und es gibt neue Gameplay-Einblicke bezogen auf das Rework von Hourglass. Weiter hinaus besprechen wir noch weitere Themen bezüglich dem neuen Battlefield-Teil und zu dem aktuellen. Wenn du solche Sachen nicht verpassen möchtest, lass mir doch gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben, denn das supportet mich extrem und zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Das jetzt gezeigte Gameplay von der Karte Hourglass, also die Überarbeitung dessen, wurde auf Reddit geteilt und wurde somit gelegt. Ich kann es euch somit nicht zeigen in Full HD und muss es somit zensieren und hoffen, dass auch sogar das hier nicht irgendwie rausgenommen wird von YouTube. Im Großen und Ganzen sehen wir in diesem gelegten Gameplay eigentlich nicht viel und nur auch wirklich das, was eigentlich auch schon offiziell bekannt ist. Dass zum Beispiel der Autobahnkreuz die Brücke dessen eingestürzt ist, hierbei jetzt auch ein riesen Bombenkrater existiert, auch dass jetzt die C-Flagge oben auf der Kreuzung nun unten in der Unterführung ist und dass die Hochhäuser anfangen zu qualmen und zu brennen. Weiter sehen wir Einblicke zu den Dörfern, dort wurde mehr Deckung hinzugefügt, das was wir natürlich kennen aus anderen überarbeiteten Karten und es gibt keine Informationen, zumindest im League, über den Stadion. Hierbei gibt es aber eine Information von einem Confing Creator, der anscheinend dabei die ganzen Sache mitgemacht hat und der hier hat gepostet, dass der Stadion nicht mehr dabei sein wird, weder bei der 64er Fassung noch bei der 128er Fassung. Dies würde die Karte reduzieren und kleiner machen, aber nimmt ein bisschen den Charme von der Karte weg. Schaut mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn der Stadion nicht mehr dabei ist. Weg von der Überarbeitung, Richtung Gameplay. In diesem League sehen wir auch neues Gameplay zu den ganzen neuen Waffen, auch zu den ganzen neuen Gadgets. Weiter sehen wir erste Einblicke zu der Karte Reclaim It und die sieht auf jeden Fall sehr faszinierend aus. Die neue Ball-Action-Sniper macht auf jeden Fall guten Schaden, hebt sich aber nicht wirklich ab von den unterschiedlichen Snipern, die wir jetzt aktuell im Spiel haben. Weiter sehen wir auch Gameplay zum ersten Mal von der neuen G36C, die natürlich im Spiel anders heißt, aber sie wird auch keine neue Meta-Waffe, so sieht es im Gameplay zumindest danach aus. Dann sehen wir noch den Revolver, hierbei sehen wir aber nicht eindeutig, ob das Ding wirklich viel Schaden macht, denn er bekommt im Gameplay hier zumindest ein Assist, jetzt zum Beispiel im Hintergrund, und da kann man halt schlecht erkennen, wie viel Schaden macht die Waffe wirklich. Meta würden sie auf jeden Fall alle nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gameplay zu den ganzen unterschiedlichen Granaten-Gadgets, einmal zu der Anti-Tank-Mine, dann auch einmal zu der Springgranate, sowie auch die kleinen Mini-Granaten, und die sind alle solide eigentlich gut einsetzbar. Die neue Karte macht einen guten Einblick, zumindest was das Gameplay-Technische angeht. Ich freue mich sehr, die neue Karte zu spielen, auch wenn es in meinem letzten Video nicht so rüberkam, aber sie sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, als die damaligen Battlefield-Karten, wo sie rausgehauen haben. Das Squad-Management zeigt der Leaker auch nochmal ganz schnell im Überblick. Hierbei sehen wir, dass wir halt einen normalen Trupp aufmachen können, wie wir es halt schon offiziell von DICE gesehen haben. Und zum Schluss sehen wir auch die Portal-Waffen, die endlich die Skins ausrüsten können, und sowie auch die Attachment nutzen können von den 2042-Waffen. Habt ihr schon mitbekommen, dass ein neues Entwicklerstudio bezogen auf Shooter-Spiele der nächsten Generation, TT Games, eröffnet wurde und somit auch schon eine eigene Twitter-Homepage besitzt? Wenn ihr das nicht wusstet, folgt den Jungs unbedingt, dieses alles in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt auf den Twitter-Link und folgt den Jungs auf Twitter. Eine kleine Aufklärung. Dieses Entwicklerstudio besteht aus damaligen Ex-Mitarbeiter von Battlefield, die Beispiel 1942 produziert haben, bis einschließlich Battlefield 5. Somit haben die Erfahrung, was Battlefield ausgemacht hat, was Zerstörung angeht, große Karten, viel Action mit Fahrzeugen. Und hört sich das nicht schon genüsslich an, kommt noch ein Sahnehäubchen obendrauf, und zwar der Chef von der ganzen Sache ist der Mr. Battlefield mit dem Namen Lars Gustafsson. So bittet er in einem Interview. Wir brauchen junge und unbefleckte Köpfe, die es wagen, mit radikalen anderen Ideen aufzutreten. Wir sprechen mit Battlefield-Legenden Carpentero und Coplin, Peter Hollidays und Vida Hegrin. Ich hoffe, ich spreche die Namen hier wirklich richtig aus. Über die Gründung eines neuen Shooter-Studios in Schweden. Weiter fragt der Journalist Herr Battlefield, darauf antwortete er und unterbricht Lars Gustafsson mit, Herr Battlefield war mein Vater. Nennen Sie mich der Online-Shooter der nächsten Generation von Herr TTK Games. Also gehen jetzt viele davon aus, dass dieser hier eine komplette Kopie von Battlefield erstellt, mit einem anderen Namen natürlich, aber wahrscheinlich es viel besser macht als das aktuelle 2042 oder vielleicht das nächste Battlefield. Aber hey, lasst mich doch mal gerne in die Kommentare wissen, Meinst du, es könnte was werden mit der Battlefield-Kopie? Denkt ihr wirklich, es könnte sogar besser werden und EA bekommt richtige Konkurrenz? Oder sagt ihr, nee, das nächste Battlefield unter EA bleibt besser? Lasst mich das gerne wissen. Es gibt aktuell eine sehr große Verwirrung, was zum Beispiel die neue Elite-Edition angeht in Battlefield 2042, die mit dem Season 5 Trailer angekündigt wurde. Um es schnell zu erklären, diese Edition ist eher wahrscheinlich für die Quereinsteiger von Battlefield 2042, die mit dem Spiel erst jetzt anfangen. Also eigentlich für uns gar nicht groß interessant. Denn diese Version beinhaltet halt einfach Season 1 bis 5 Attachments, Ausrüstungen, Waffen und Fahrzeuge, die halt dann direkt zum Freischalten verfügbar sind. Bevor die Leute sich aufregen, solche Short-Cards gab es auch schon länger. In Battlefield 3 oder 4 und auch für 2042 kann man zum Beispiel bestimmte Waffen oder auch Spezialisten mit Echtgeld einfach früher freischalten, ohne sie erspielen zu müssen. Klar ist das keine schöne Lösung für die Leute, die alles freischalten mussten von Anfang an. Aber das Spiel ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre alt und somit kann man so eine Edition schon mal raushauen. Vor allem gibt es auch Leute, die zum Beispiel viel arbeiten müssen oder Familie haben mit Kindern und die einfach keine Zeit haben, alles freizuschalten. Und für die ist halt so eine Edition echt Gold wert. Ich persönlich würde es halt trotzdem nicht empfehlen, denn das Freischalten ist ja eigentlich der Sinn dahinter, das Spiel zu spielen und halt ein bisschen Spaß dabei zu haben. Aber jeder muss das selber wissen. Für 30 Euro findet ihr im Store diese Edition. Aktuell gibt es WXP in Battlefield 2042. Ich weiß, diese Information kommt jetzt ein bisschen spät, denn das WXP hat schon angefangen seit Freitag, aber die ganze Sache läuft bis 13 Uhr Montag, also ihr habt auf jeden Fall noch zwei Tage Zeit. Dadurch, dass morgen ja auch noch Feiertag ist, kann man das WXP echt gut ausnutzen. Das war's aber schon mit diesem Video. Ich bedanke mich herzlich für deine Aufmerksamkeit. Jetzt bist du up-to-date rund um Battlefield. Wie gesagt, wenn du die Leaks sehen möchtest, ich kann sie unten verlinken, kann aber nicht versprechen, ob diese Quellen halt noch funktionieren. Ansonsten, meine Freunde, sehen wir uns in den nächsten Videos und ich freue mich schon auf die Season 5 Karte, um sie selber anspielen zu dürfen. Hierbei bedanke ich mich nochmal herzlich beim YouTuber Ranzratte für den geilen Flug und den geilen Kills mit der Liss-Rakete aus dem Helikopter. Die Liss-Rakete über humano compassion und der Liss-Rakete aus dem enormten und der Biss-Rakete aus dem Hemmen. was heute aber看到 immer wieder